Es geht weiter mit... Scheiße. Nochmal. Wir machen endlich wieder weiter mit Indie. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Es wird Zeit, das Spiel durchzuspielen. Ich weiß nicht genau, wo ich bin im Spiel. Es ist zu lange her, ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin im letzten Drittel des Spiels. Wir werden's sehen. Wir gehen rein und machen natürlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das war... Im U-Boot. Wenn ich mich... Ist das der richtige Safe? Ja, ne? Oder das war der richtige? Das ist der Autosave? Ich glaube, das ist der richtige. Oder? Habe ich hier irgendwas, was ich hier nicht hab? Leute, was war der letzte Safe? Ich glaube, ich hab die gleichen Sachen. Was müsste der hier sein? Also, wir sind im U-Boot. Ich muss mal kurz wieder überlegen. Und... Wir müssen... Was müssen wir denn? Darunter kommen wir nicht. Wo ist das Personal? Hier ist das Personal. Hier ist das Personal. Ist das irgendwas? Äh... Hm. Woah! Das war nah. Da können wir jetzt nicht hin. Das heißt, wir können auf die andere Seite. Ich hab schon wieder wirklich vergessen, wie wir hier weiterkommen. Walk to the Head. Und... Da kommen wir nicht wegen dem... Okay, wir haben schon hartes Brot. Was? Was? Was war jetzt hier mit den Switches? Das ist doch hier. Das ist doch hier. Ja. Dann... Und... Ich fühle mich selbst? Ich glaube, das wird überhaupt nicht gut. Ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Ich glaube, das funktioniert. I don't think that will do any good. It won't open. It must be broken. Hmm. Tja, wie war das jetzt? It's the lever that controls the sub-step. Rip. It doesn't quite fit. Shit. That won't work. Man. That won't work. That won't work. Wir brauchen den Pömpel, glaube ich, dafür. Okay, da können wir die Crew hin und her schicken. Boah, ich bin gerade... Ich stehe echt auf dem Schlauch gerade. Ah, jetzt sind die hier. The fuck? Guck mal, ich bin Game Over. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe wirklich geschafft, Game Over zu gehen bei Fate of Atlantis. Wow. Okay. Okay. Hier ist der Pömpel. Aber wir kommen nicht hier hin, weil... Weil der Typ da immer ist. What's that noise? I caught a swore I heard something. I didn't hear anything. Gurgh. What's that noise? I caught a swore I heard something. I didn't hear anything. Gurgh. Hmm. It doesn't look that... X-ray goggles. Incredible. It doesn't seem to open. It doesn't look that strong. Hold light. I can't... Incredible. Woops, that didn't work. Was ist eine Strongbox? I don't think that'll work. Woops, that didn't work. Whoa, the acid's eating right through the metal. Here are the stone discs. Ha! There's a small key in here, too. Nice. Mega gut. Man muss... It's a porcelain beer style. ...die Batteriesäure da drauf. Okay, ich gebe zu, das war jetzt einfach nur durch wildes Rumprobieren. It's a key. Aber es hat geklappt. Melted Strongbox. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel, ist die Frage. Für was habe ich denn... Für was brauchst du denn den Schlüssel? It's a key. Okay, it's a key. Aber was... Was bringt mir denn jetzt einen Schlüssel? Wo war denn irgendwas verschlossen? Bringt mich nicht wirklich weiter, oder? Das ist hier irgendwas. Haben wir den Schlüssel? Broken Lever. Äh, ansonsten ist hier auch nix, ne? Hintercom. Tja. Cold cuts. Oha. I've got slices of bratwurst, bologna and salami. Bratwurst. Use bratwurst. Guck mal, wir haben ein Sandwich gemacht. Sandwich worthy of Dagwood Bumstead. Okay, wir haben den Sandwich. Lol. It's a sandwich worthy of Dagwood Bumstead. Jetzt haben wir ein Half-Eaten Sandwich. Hä? Wie bringt uns das denn weiter, ey? I already have some on my Sandwich. Hmm. This is the switch, that reverses the Sump's engines. It's the speed control. Vielleicht hier unten irgendwo. Vielleicht hier unten irgendwas, aber ich bin mir nicht sicher. Hier ist irgendwie der Mauszeiger. Zeigt nicht so wirklich was an. Ich hab das Gefühl, es hat irgendwas mit der Crew zu tun. Mit dem Rumschieben der Crew. Das ist ja nicht umsonst so. Also klar muss man die irgendwie aus dem Weg. Ah, okay, warte mal. Du musst beurteilen. Hot coals. Sophia? Indy? Jones kann's save you now, madam. Uh, wait. I'm getting a message. A message from Nurab Sal. Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me. Can you get rid of the guard? Alas, Nurab Sal is weak and far away. Tell Nurab Sal that I've got a plan. Nurab Sal is listening. Why don't you sicked Nurab Sal on the guard? Just to strike the guard for a while, okay? Nurab Sal understands all. Wait. What? Oh, darn. I've lost contact. Too bad. Was ist das schon? Macht sie das jetzt, wenn ich hier hingehe? Müssen sie ausprobieren. Weil dann kämen wir... Ah, hier muss ich hoch. Dann kämen wir an den Pömpel, wenn sie ihn wirklich ablenkt. So am I. Excuse me, Mr. Guard Person. What is it now? I was just wondering. It's gas. Who knows? It might come in handy. I order you to finish your sentence. Well, you know, you look just like William the Conqueror. You think so? The resemblance is uncanny. I always suspected that I had royal blood in my veins. Perhaps I should tell you a fortune. Would you? Certainly. Here it goes. Who are you? Talk fast and I'd better like your tone of voice or you're a dead man. I'm Indiana Jones. Who are you, Buckethead? I'm the staff archaeologist. Got any buckets? Did my name foretell that your future looks pale? I am selling these fine leather jackets. Was machen wir? I'm Indiana Jones? Hi, I'm selling these fine leather jackets. You think I'd fall for that American spy? He must have thought that jacket was bulletproof. Okay, wow. Chat, ihr habt Indiana Jones umgebracht. Wie fühlt sich das an für euch jetzt? Fühlt ihr euch besser, nachdem ihr Indiana Jones umgebracht habt? Ihr Mörder? Sofía? Blah, 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 blah. Sofía? Indy? Jones can't save you now, madam. Uh, wait. I'm getting a message. A message from Nurab Sal. Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me. Tell Nurab Sal that I've got a plan. Nurab Sal is listening. Just distract the guard for a while, okay? Nurab Sal understands all. Wait. What? Oh, darn. I've lost contact. Too bad. Okay. Also den Pömpel kriegen wir. Okay, damit können wir erstmal arbeiten. Ich glaube, man kann die Wache da nicht ausknocken. Aber ich bin mir nicht sicher. Excuse me, Mr. Guardperson. Nein. Falsche Richtung, man. Wie bizarre. Ich sehe das Wort Rosebud in deinem Augen. Hmm. According to your Brow. Wer weiß, es könnte in Hand kommen. Das ist schon ein bisschen komisch, dass Indie den jetzt nicht, obwohl der Rücken zu ihm ist, umknocken kann. Aber okay. Strange. I'm seeing a house being carried away by a tornado. Blah, 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 blah. That's odd. Your squint indicates a journey over the rainbow. Strange. I'm seeing a house being carried away by a tornado. Blah, 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 blah. It fits. Ha. Na mach doch. Bist du... Hä? Push? Picker? Push? 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 Okay, wie geht denn das jetzt nochmal? Hm... Ich weiß nicht mehr genau, was wir jetzt hier machen müssen, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir genau bei diesem R-Log eigentlich. Aber... Man sieht's halt irgendwie auch nicht so richtig, ne? Oh Mann, ey, was muss man denn jetzt machen? Muss ich hier mit der Intercom? Ne, die sind ja schon im Bau. Blah, 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 blah. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir fahren erstmal, vielleicht finden wir noch irgendwas Oh, okay Er wendet automatisch Es muss was mit diesem Airlock zu tun haben Das ist das einzige, was man hier im Meer quasi anklicken kann So, und jetzt müsste man noch irgendwie Wie würde man denn sonst da hinkommen unter Wasser? Es muss ja von Innen heraus Ja, das wollte ich jetzt eigentlich noch machen Es gibt hier ja auch in dem U-Boot keinen wirklichen Ausgang Chat sagt mehr aufsteigen Ja, warum? Vielleicht muss man einfach komplett auftauchen Nee, geht gar nicht Ja, man müsste ja hier irgendwie so einen Hinweis kriegen Das ist doch dumm sonst Man hat nichts zum Interagieren mit diesem Airlock Das ist das Problem Now hear this All hands to the Stern Torpedo Bay Torpedo tube Open Hmm, Leute, ich bin hier, ich steh aufm Schlauch Ich denke, ich denke, das irgendwie funktioniert Ich denke, das ist das Ich denke, das ist eine gute Zeit, wenn ich das mache Hm. ... ... ... ... ... ... ... Blablabla, blablabla. You will encounter an African explorer named Spalding. Interesting, your ears tell me that tomorrow... Who are you? Talk fast and I better like your tone of voice or you're a dead man. I'm the staff archeologist. Got any buckets? What do you want with a bucket? I'll let Sophia show you. Aha! Nice work. What do we do now? Körner claims there's an underwater entrance to Atlantis near here. Let's find it. Do you know how to run this boat? Are you kidding, Jones? I'm a spiritualist, not a navigator. Okay, but how do you help us? It's a padlocked wheel of some sort. Huh? Sophia. What? What do we do now? Körner claims there's an underwater entrance to Atlantis near here. Let's find it. I'll need to unlock it. Now it's unlocked. That doesn't quite work. Aha! Ah! Was macht das jetzt? Okay, wir können's jetzt drehen. Verstehe. Aber was bringt's? Wir müssen's, glaube ich, trotzdem richtig anordnen, ne? Was macht der Schalter? Ah ja, vor und zurück. So? Aren't you coming? I'll just stay here and make sure Sleeping Beauty doesn't wake up. Nee Man I rapp's nicht. M H A D A A M A I M A D A M A S,T M A D Z Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann fahren wir nach da So, und jetzt? Ich krieg's nicht... Dreh dich immer weiter nach links... Ach, ihr meint, das geht immer weiter nach hinten? Hm? Okay? Ich raff's nicht... Leute, ich raff's nicht, es tut mir leid... Links aufs Rad klicken... Was? Aha, jetzt ist es kleiner geworden, oder? Ich raff's nicht... Ich raff's nicht... Ich raff's nicht, das geht auch mal... Ich raff's nicht... Ich raff's nicht... Höher und dann Links, rechts, links, rechts Ich raffe überhaupt nicht, was ihr von mir wollt Links, rechts, links, rechts Oh, was? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich hinter dem Hügel gelandet Scheiße, jetzt ist er ganz verkackt Jetzt krieg ich's nicht mehr nach vorne So Tiefer geht er nicht Jetzt ist er dahinter Oh, ich krieg die Krise Oh, ich krieg die Krise Jetzt sind wir noch kleiner Das war falsch Leute, ich dreh gleich durch hier Ich raff's überhaupt nicht Das ist doch komplett random, was hier passiert Ich kann's nicht in die andere Richtung dringen The rudder's locked Was ist das rudder locked? Schau, wie's dreck hier The rudder's locked Ich kann das nicht nach links drehen Nur nach rechts Jetzt kann ich's nach links drehen Ich krieg es nicht mehr groß Jetzt, Leute Jetzt, oder? Ist das die richtige Größe? So, und jetzt? Bitte fahr da rein jetzt Ja Oh, Jesus Christ Oh ja, wir speichern direkt ab Welcome to Atlantis, Cindy Um Sophia? What? Do you think we really found Atlantis? I guess so I just didn't think it would be so dark Okay, wir brauchen Licht Aber wie? Why, it's pointing at me Hm Wir haben kein Licht Ich kann ja auch nichts Sophia? What? What do we do now? Let's find a door Before I get any more Muck and goo on me Let's find a door Da war was Touch wood thing It feels like a ladder Any use letter with Use letter? Hä? Sophia? What? Hm Nothing, just wanted to make sure you're okay That's sweet of you, Jones I'm right here Hmm It's a ladder Okay I'm the lighter Olympian I'm here I'm here I'm I'm here to Scheiße, jetzt hänge ich schon wieder, ey. Man kann hier gar nichts interagieren. Aha, wir können einfach weitergehen und dann ist es noch dunkler und da ist irgendwas. That doesn't seem to work. Rocky incline. I can't reach it. I can't reach it. Das scheint etwas Größeres zu sein, oder? I can't reach it. It feels like a steep rocky incline. Was ist damit gemeint? Sofía? What? Gee, it's dark. Don't get any ideas, Buster. There must be a torch or something we can use. The ladder is in place. Get your hands off me, Jones. Jones? Was passiert jetzt? Hey, you're not Jones. Help, Indy! Indy! Sofia? It feels like a metal door. I'll never open this door manually. Ai, 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 ai. It feels like a ladder. I can't move it. Hier ist was erschienen. Was ist das? Ich glaube, man kann ein bisschen was erkennen. Ich glaube, man kann ein bisschen was erkennen. Und so ganz leicht sieht man was, ne? Und so ganz leicht sieht man was, ne? Hä, kann es sein, dass es immer heller wird? Wieso wird es immer heller? Ist das eine Hilfe vom Spiel? It feels like a spindle for the stone discs. I can't pick that up. It doesn't seem to fit properly. It doesn't seem to fit properly. It's too dark to see what I'm doing. It feels like a stone disc. Jetzt habe ich die drei stone discs da drauf gemacht. Aber warum geht es trotzdem nicht? Why, it's pointing at me. It feels like a stone box. That doesn't seem to work. It's too dark to see what I'm doing. It feels like a metal door. I'll never open this door manually. Was muss man denn jetzt nochmal hier machen, ey? Ich probiere jetzt einfach durch. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. It's open. Aha! It's a metal rod with an opening on one end. It's a metal rod with an opening on one end. I don't think that'll work. Hmm. Also wir haben jetzt einen Metallstab, immerhin. Hier ist nichts zum Interagieren, aha. Huh. Aha! Ja, wo bist du? Kerner muss sie irgendwie aufgenommen haben. Sieht aus wie ein bisschen Tunnel-Kollapier. Ah, okay, warte. Wir müssen das Buch lesen. Nein, das ist jetzt einfach... So. Es ist das schon. At the greater Colony, Moonstone was also needed, with the darkest night healed by the full moon. To approach Atlantis itself, a world stone was required as well. With a glorious sun blazing alone. Ah, guck, hier hätte man es auch noch mal. Hier war der Hinweis. Orichalcum, the metal that glittered like fire. This they had instead. They cast it into shiny beads and used them as we do, minted coins, paying statues to do their work as if by magic. Oh, failing, wise men cuffed strange devices out of amber to search for the metal, but only proud Atlantis. Oh, yeah, there's a play. As the waters rose around their city, the kings of Atlantis, one after another, sought to hold of fate. No immortal man would never rule the sea. They plant a huge colossus, orichalcum, ten beads at a time. Make them like the gods themselves. Okay, then muss es ja. Glorious sun blazing alone upon the western sea. Final entrance yielded only to contrary minds. The glorious sun blazing alone upon the western sea. I didn't seem to do anything. Shit. I didn't seem to do anything. Wenn das das Gegenteil ist, das Gegenteil wäre doch dann Darkness on the East. Ja? I didn't seem to do anything. Oh, man! I didn't seem to do anything. Ja, ja. It's open. Okay, wir müssen jetzt alle in richtige Reihenfolge. at many outposts a sunstone if morning light morning light warmth the tall horns. Morning light warmth the tall horns. Greater colony, a moonstone was also needed with darkest night healed by the full moon. Darkest night healed by a full moon. I didn't seem to do anything. To approach that lens a world stone was needed. The glorious sun blazing alone upon the western sea. Glorious sun western sea. Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Wir können doch nur eine Sonne Ach nee, doch, warte. Wir können ja einfach die West Sea und die Noon Sun. Was? Wieso? Oh. Hä? Ich hab doch alles gemacht. Rising sun tall horns full moon darkness oh, ich drehe durch. rig I didn´t seem to do anything. Morning light warmed the tall horns. Darkest night healed by the full moon. 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 Darkest night with the full moon. Heißt das alles gegenteilig? Aber was? Muss man alles das Gegenteil machen? Oder was meinen die jetzt mit Contrary Minds? Aber was bezieht sich das auf alles? Morning Light? Warned by the Tall Horns? Wie soll man denn das Gegenteil davon machen? Was ist denn das Gegenteil von Tall Horns? Hä, ich raff's nicht. Also dann müsste die Raising Sun die untergehende Sonne sein, logischerweise. Ja? So. Dann haben wir... Die Darkness wird geheilt, nicht vom Vollmond. Sondern vom New Moon oder was? Hä, ich raff gar nichts mehr, ey. Noon Sun? Ich seh nicht, dass ich nichts tun habe. Ich raff협 dich. Ich raff, dass sie nicht tun hat. Ich raff, dass sie mich nicht tun hat. Ich raff, dass Sie uns nicht zu tun haben. Sie� werden nicht zu tun. Sie werden nicht zu tun. Ich raff, dass sie nicht tun. Ich raff da nicht. Ich raff, dass sie nicht sein sollten. Wenn ich das jetzt nicht... New darkness, easy and noon sun, setting sun und taulons, jetzt habe ich doch eigentlich alles im Gegenteil, oder nicht? Raising sun, setting sun, full moon, ist full moon das Gegenteil? Vielleicht ist es das Gegenteil von voll moon, ist waning moon? Oh, ich krieg die Krise, ey. Leute, ich dreh gleich durch. A sunstone, morning light, tall horns, darkest night, full moon, glorious sun, western sea. Jetzt kann man das, kann man natürlich so oder so interpretieren, ne? Western sun, also Gegenteil, full sun, east, oder wir sagen, setting sun. Ach, mein Kopf. Chat, jetzt helf doch mal. Gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Western sea nach oben, den Rest zu lassen. Ich meinte nicht, was zu tun. Nein. 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 I didn't seem to do anything. I didn't seem to do anything the mouth of the statue open haha it's a statue and its mouth is open so I can't pick that up oh no Jesus Christ I speichere mal lieber ab ne. Hmm. Hmm. I can't reach it from here. Oh god there are a thousand rooms here. It's another one of those stone robots. I can't from here. I can't reach it. Okay aber ich glaube das war schon mal nicht schlecht. It seems to be an air vent. They won't budge. Okay. Okay. Und jetzt hier wieder raus. Ah so. Ich glaube das war richtig in irgendeiner Art. Das wird mir noch helfen später. Huh. Wagdaabe am 10 inaccurate forever. Ich habe seine Dateby get out of me. Oh my god. Ich sage mich überhaupt nicht. Und jetzt Aqui kann ich die Dine. Der optimization in der EU wurde in der EU wurde這麼 handy. Das war un MICHiet. Oh. Oh. Must have been part of some ancient machine. Aha. Must have been part of some ancient machine. Auf jeden Fall so'n'Wheel. Da kann ich ja jetzt hier wieder raus, ey. Hier, ne? Ich speichere jetzt hier die ganze Zeit ab. Nicht, dass so'ne Wache mich dann killt und... Jau. Ja. Jau. Jo. Jo. Hier ist nix. Da ist noch was. Oh oh. Oh, das war knapp. Komm. Aha. Okay. Okay. Hier kann man gar nicht interagieren. Gehen in jeden Raum mit nem Fragzeichen. Oha. Oh Gott, das sieht scheiße kompliziert aus. I can't pick that up. It's an empty bowl. It's carved to look like a beetle. I can't pick that up. I can't move it. It's a bronze wheel. Now that looks much better. I can't move it. Ja, man wird natürlich irgendwas auf diesen Tisch legen müssen. I don't think that'll work. I don't think that'll work. Aber was? Muss man noch nicht. I don't think that'll work. Irgendwas wird man natürlich da drauf legen müssen. Aber was? Funnels are what you pour liquids into. Aha. There's nothing in the mug. Wir haben keine Liquids, ne? I can't move it. Okay. Also das war schon mal richtig, ne? Irgendwas müssen wir da rein. Aber wir müssen wahrscheinlich noch was finden. Komm, hier auf der Seite wieder raus? Nee. So. Machine room. Nice to setz. Oh, ei, 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 ei. Bronski. Pickup. It must have been part of some ancient machine. You'd think the Atlanteans wouldn't be such slams. So. Okay, damit kann man dann Quasi beamen. Shortcuts. Oh, warte. Oh, ist nix. Oh, nein. Das ist ja super dumm. Das ist ja super dumm. Oh, ei. Man kann hier mit nichts interagieren, es ist einfach nur ein Raum zum angucken. Krass, okay, cool. Komm, 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 da lang, es wird knapp. Walk to Fish Statue. Da haben wir Liquids. Hä, du sollst einfach nur das Wasser nehmen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aha! So, jetzt haben wir zwei Gefäße voll mit Wasser. Sandwich. Ich prob' ja alles aus, Leute. Das scheint nicht funktionieren. Mann! Das scheint nicht funktionieren. Das scheint nicht funktionieren. Okay! Okay! Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Okay! Schrei mich nicht an! Tja! Da müssen wir wohl irgendwas einstecken. So, da komm' ich nicht weiter jetzt. Was? Ich verstehe. 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 Oha! Was haben wir hier? Es sieht genau wie die Eel-Statue in Iseland. Es sieht genau wie die Eel-Statue in Iseland. Leerer Raum, okay, toll. Ist der wirklich leer? Prinzessin Lea. Oha, was haben wir denn hier? Molten Lava. Es sieht sehr, sehr heiß aus. Es sieht aus, dass etwas missbraucht ist. Es ist ein Fischspigot. Was hat das jetzt gebraucht? Pedestral. Es ist ein kleines Pedestal. Ich kann es nicht move. Ich kann es nicht move. Also wir haben jetzt hier Feuer. Lava. Da hat er den Kopf reingemacht. Aber was bringt es? Das macht auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Halt die Fresse. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Es sieht sehr, sehr heiß aus. Es sieht sehr, sehr heiß aus. Die Frage ist, brauchen wir das noch für was anderes oder ist das jetzt hier schon, wo es sein muss? Das macht es nicht mehr. ...machine. Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Mann! Hm. Lava. Was ist jetzt das? Oha. Orichalcum. Oha. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke, das funktioniert. So, jetzt haben wir glaube ich alle Räume durch und ich bin kein Stück weiter. Steht was in dem Buch? No, there was one such king here. It was, say the wise one of Egypt who first put man in the Colossus. Making many freaks of nature at times when the Silistrius fears. Orica, the metal that glitted like fire. What a strange device is out of amber to search for the metal. Only proud Atlantis ever yield supply. Was passiert, wenn wir das benutzen? Okay, also da müssen wir offensichtlich Lava reinschütten oder was? I don't think that'll work. I don't think that'll work. Okay, okay. Machine room. Ah, da ist noch ein Raum, in dem ich nicht war. Einmal in den Raum rein und wieder raus, dann müsste die Wache nämlich ganz woanders sein. So, jetzt können wir hier reingehen. Tatsächlich noch ein Raum, in dem ich nicht war. Das ist auch nur ein Durchgang, wie es scheint. Ah, hier unten sind wir jetzt. Also, I won't budge. I won't budge. It's the tunnel leading back to where I came from. Sophia? Well? I just crawled through a mile of mud for you. It was a picnic compared to life in this cell. Are you alright? I'll feel a lot better once you open this cell. Did you miss me? Put it this way, even your company beats this cell. Good talk. Sophia? Yes? See you soon. Don't leave me here, Indy. I can't reach it. What am I using? I can't reach it. I can't reach it. Sure. Bring mich auch wieder nicht weiter, ne? Oder? I can't reach it. I can't reach it. Sophia? What? See you soon. Don't leave me here, Indy. It's the tunnel leading back to where I... Hmm. Gar nicht so leicht, ey. Gar nicht so leicht. Viele Fragezeichen. Hmm. Wie kommen wir da hin? Das ist die große Frage. Ich speichere mal. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Labyrinth. Ich muss ja erstmal ein paar Nächte drüber schlafen. Und dann geht's hier weiter mit Indiana Jones and the fate of Atlantis. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Comments. Oder lasst's. Okay, da bin ich wieder. Und wir machen weiter mit Indiana Jones and the fate of Atlantis. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir mitten im Labyrinth von Atlantis. Und es ist kompliziert. Es gibt sehr viele Räumlichkeiten hier. Und ich bin noch nicht so richtig weiter. Aber vielleicht schaffen wir's heute. Wir machen hier direkt weiter. Also Sophia ist eingesperrt. Und wir haben hier verschiedene Räumlichkeiten. Ich glaube, überall, wo Room ist, ist eigentlich uninteressant, oder? Wie war das? Hier muss ich irgendwie hin. Kapp. Da, aber wie. Irgendwie müssen wir... Dieses Loch überwinden. Aber ich sehe absolut nicht wie. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Irgendwie drüber schwingen, würde man denken, ne? Aber du kannst... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schwierig. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Wie kommen wir da rüber, ey. Wir haben halt auch kaum Sachen. Es ist ein besonders scharfes Schiff. Es ist ein ancient wooden Peg of some sort. Irgendwie müssen wir... Ich kann's nicht erreichen. Irgendwie müssen wir... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich raff's nicht wirklich. Oh, kommt doch nicht von der anderen Seite rein. Oh, hier ist noch ein Fragezeichen, tatsächlich. Aha, was ist jetzt das? Okay, wir haben jetzt ein Ribcage. Das wird schon für irgendwas gut sein. Aber ansonsten ist hier nix. Das war's schon. Oh, hier ist sogar noch was. Guck. Ich war's übersehen, tatsächlich. Ich kann's nicht erreichen. Komm ich da so hin? Wie bin ich denn da hingekommen? Ach du Scheiße, da muss ich... Komm ich denn da nochmal hin? Geh doch wieder raus jetzt hier. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich hänge. Ah, okay. Oh, das könnte aber auch ein bisschen schneller gehen hier. So kann man natürlich auch künstlich die Spielzeit strecken. Okay. Oh, das ist so ein bisschen schneller gehen. Ah, ihr habt vollkommen recht, Leute. Eine Sache habe ich vergessen. Das hier, da muss man erst mal drauf kommen. Die Leiter wieder mitnehmen. Ah, und jetzt kommen wir auch vielleicht bei der... Da, da muss man natürlich erst mal drauf kommen wieder. Die Leiter wieder mitnehmen. Oh, oh. Nein. So. Jetzt. Sicherlich ist das nicht Okay, jetzt kommen wir weiter, Leute. Jetzt kommen wir weiter. Halt. Guck, ich den gleichen Fehler nochmal machen. Jetzt weiß ich weiter. So, jetzt gehen wir hier. Jetzt kommen wir Leiter. Ja, ich habe schon gedommen, ne? Ja. Looks like a cross between a bull and a fish. Es ist nicht pointing Maschineroom, was war das nochmal? Was war nochmal Maschineroom? Ach ja, das war der. Okay. Crab Room, Lava Room. I'd rather not stick my hand under a stream of molten lava. Och, komm. Das scheint nicht zu funktionieren. Aha. Jetzt haben wir Lava. Nice. Okay, wir haben Lava. Mr. Lava, Lava. Und jetzt. Müssen wir hier. Ach nee, da war der. Das war der Fischkopfraum hier, ne? Das ist wahrscheinlich der letzte Raum, in den wir dann gehen müssen. Das wird alles nicht klappen, das ist mir schon klar. Das ist unser final room. Das war der Fischkopfraum. Ja, da war der Fischkopfraum. Das war der Fischkopfraum. Maschinen Ruhm Maschinen Ruhm Maschinen Ruhm Maschinen Ruhm Maschinen Ruhm Maschinen Ruhm Oha, wir müssen nichts reinlegen, wir kriegen was. Okay, das ist nice, das war gut. Jetzt müssen wir, gewinne, gewinne, gewinne. Können wir hier direkt mal so einen Glücksspiel-Stream machen. Direkt die Klicks hoch. So, was machen wir jetzt damit? In den Fisch einen rein oder was? Lava-Room brauchen wir nicht mehr. Ah, warte mal. Warum war das jetzt hier? Ja. Der hier war das. Da rein. Da raus. War hier irgendwo grad noch ein Fragezeichen? Wir probieren mal. Wir probieren mal hier im Sentry Room den Fisch ein Auge. Gucken wir mal, ob's klappt. Hier ist ein Fischstadium. Was ist passiert? Der ist der Kopf runtergefallen oder was? Das scheint, die Tür zu blockieren. Huh? The fuck? Wups, I guess I just wasted a bead. Das ist ja scheiße. Hey, it's getting hot. Lol. Ich wollte einfach nur so eine bead in die Schlange tun. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich wollte einfach nur so eine Perle in die Schlange machen. It's all that's left of the eel statue. I don't need a worthless heap of slag. I can't move it. Hä? Und jetzt? It's all that's left of the eel statue. Aber was hat mir denn das jetzt gebracht? Ich kann das ja nicht mal aufheben. I don't need a worthless heap of slag. Aha! Simsalabim! Ich hatte so Schiss noch so eine zu verschwenden. Geil. Ich glaub so weit war ich noch nie in dem Spiel. Geil. Once it was a priceless artifact. Now it's a pi- There's too much junk to carry. Once it was a priceless artifact. Now it's a pilot. Sophia? Yes? See you soon. Don't leave me here Indy. Oh. It's some kind of machine part. Some kind of machine part. Are you sure this is safe? Haha. Wie die Beine wackeln. Trust me. You I trust. The door I don't. Brace the door with a rock. I don't have a rock. I don't have a rock. Sophia. What makes you think this is safer now? Hurry up. And let you drop this bronze door on me? Just trust me. Not if you're going to yell. Okay. I don't think that'll work. What makes you think this is safer now? Get a move on and find out. I need a moment to think. Hmm. Hmm. Was könnte ich ihr geben? Was das auch auffällt, ne? Ich glaube, das wird mir helfen. Ich glaube, das wird mir helfen. Ja, nervt doch. Die Tür wird es einfach verbrechen. Ich glaube, das wird mir helfen. Ich glaube, das wird mir helfen. Jetzt nervt's. So... Sofía? Yes? See you soon. Don't leave me here, Indy. What makes you think this is safer now? Hurry up. And let you drop this bronze door on me? I can't hold this up much longer. Gibt's doch nicht so kurz davor, sie zu befreien. What makes you think this is safer now? Get a move on and find out. I need a moment to think. Brace the door with a rock. I don't have a rock. Not much left of him. I can't move it. I can't move it. I can't pick that up. Hmm. There's too much junk to carry. Jones, don't you dare leave me here, you, you troglodyte! Ja, du willst ja nicht rauskommen! Was war jetzt ihr Problem? Ein Tentakel. It looks pretty hungry. Oktopus. Was essen Oktopusse? Das ist die große Frage. Wir haben ein Sandwich. Give Sandwich to Oktopus. I don't think that'll work. Warum? I can't board it from here. It's a pile of bones. I don't need any old bones. It looks like eight snakes. And I hate snakes. I don't think that'll work. I don't think that'll work. I can't move it. I can't board it from here. I can't board it from here. Da kommt man einmal weiter. Nur um dann wieder nicht weiterzukommen. Okay. Also, für sie brauchen wir einen Stein. Einen Rock. Hier war gar nichts, ne? Das war dieser Raum, der komplett leer ist. Aber wir machen Progress, Leute. Langsam, aber sicher. Aus Geduld haben. Hier war doch gerade noch ein Fragezeichen sowieso genau gesehen. Das hat sich noch schnell umgewandelt. Crab Room. Da können wir nochmal rein. Äh. Mann. Verpiss dich doch. Jetzt, komm. Schnell zum Crab Room. Du schaffst es, Indie. Indie. No. Shit. Verdammt. Was passiert eigentlich, wenn man die Wache trifft? Vielleicht passiert da ja auch was Wichtiges. Dr. Johns, ist es? Jetzt haben wir dich. Ein anderer Nazi-Stug. Let's get this over with. My thought exactly. Oh. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Lol. Easy. Oh. Jetzt haben wir eine Wurst gekriegt. Guck mal. Wenn du Nazi-Verprügelst, kriegst du eine Bratwurst. Das finde ich nice. Okay. Sehr gut. So. Was machen wir hier? Irgendwas müssen wir hier machen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Kann ich... Wie krieg ich so eine Krabbe? Das scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ist das ein Rib-Cage? Ah. Clever. Als... Da muss wahrscheinlich noch ein Köder rein, oder? Alter, jetzt läuft ja alles hier wie am Schnürchen. Ha! Leute. Wie gut ist das denn? Das hätte überhaupt nicht geklappt, wenn ich nicht per Zufall jetzt diese Wache geboxt hätte. Wäre ich den jetzt weiter ausgewichten? Da wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen. Weil ich den einfach immer ausgewichen wäre. Sehr gut. Aber ich habe schon wieder vergessen, weil ich mir denke, ah, jetzt kommen wir bei den... ... bei den Oktopussen weiter, ne? Okay. So, jetzt kommen wir hier. Gut abgekürzt. Ich versuch mal. Müssen wir natürlich immer noch Sophia befreien, aber uns fehlt ein Stein. Aber vielleicht, wenn wir jetzt... Use... Trapped Crab. Okay, die Oktopusse sind weg, aber ich komme trotzdem nicht dahin. Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Ich sage ja, du löst ein Rätsel, es kommt Neues. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Tja. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich kann es nicht von hier anbauen. Es ist ein strange Karpfen. Okay, wie dumm. Man kann einfach rüber gehen. Ja, gut. Aber was machen wir jetzt? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Es ist nicht operiert. Es ist nicht operiert. Es ist ein strange Karpfen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Es ist nicht operiert. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mann! Es ist nicht... Es ist ein kleines Karpfen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Irgendwann muss er rein. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wow! Das Ding hat einen Motor. Okay. Hä? Es scheint zu locken zu sein. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Was sagt euch das jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier eine fahrende Krabbe, aber wir kommen auch wieder nicht weiter. Ich glaube, hier geht es noch nicht weiter. Wir brauchen immer noch einen Stein für sie. Wir brauchen noch einen Krabbe. 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 Hier ist noch ein krabbe. Wir brauchen noch einen Krabbe. Noch mal überlegen. Nochmal überlegen, habe ich wirklich alle Räume? Airlock, Subway, vielleicht nochmal checken. Aber hier ist überall nichts mehr. Man, jetzt bin ich aber echt ein bisschen ratlos. Aber eigentlich ist man das die ganze Zeit, bis man es nicht mehr ist und dann ist man es wieder. Ja, okay, das bringt hier natürlich nicht so viel. Bei der Maschine haben wir Oricalum gemacht, Lava haben wir genommen. Machine Room gibt es das Oricalum, Airlock. Aber jetzt ist Subway. Es ist absolut nichts zum Interagieren. Leute. Leute, ich hänge. Machine Room war... Oricalum habe ich. Was war hier? Lava. Crap. Das macht alles keinen Sinn, Leute. Das ist alles ab... Das ist alles fertig. Es sei denn, ich habe irgendwo eine Kleinigkeit übersehen, aber ich halte es so oft in jedem Raum. Ich habe eigentlich nichts übersehen, glaube ich. Ich habe mich nicht übersehen. In die Anna Jones! Das war gar nicht geplant. Aus Versehen den Kampf verlassen. Okay, lass noch mal hier gucken. Irgendwas. Ist vielleicht mit diesem Kopf. Juhuh. Butt... A strange carving. A strange carving. I don't think that'll work I don't think that'll work I don't think that'll work Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mann! Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Es ist ein Art von Maschine. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mann, leck mich doch am Arsch! Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, mach's auf. Es scheint, es ist gelockt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das wird okay. I don't think that'll work 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 Ich drehe durch. Mann! Oh! Ach, das muss man natürlich erst mal sehen. Ja, die Dinger muss man natürlich erst mal sehen. Ja, die Dinger ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Okay. I'll never get through here. Okay. Es ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Okay, hier ist ein Durchgang. Aber hier geht es auch noch weiter. Ich gehe erstmal weiter. Das macht ja auch irgendwie nicht so 100% Sinn, oder? Dass diese World Stones, dass man die jetzt einmal da kurz dran hält und dann öffnen sich die Gates. Warum? Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Kommt man jetzt hier raus. Noch mehr von einer ancient machine. Was ist das? Aha. Da mache ich doch mal direkt hier. Ich mache mal ein Foto, ne? Das könnte noch gebraucht werden für ein Rätsel. Ich glaube, man kann hier auch gar nichts machen, ne? Walk to Crab Like Raft. Klingt irgendwie wie eine coole Hip-Hop-Gruppe aus den 80ern. Crab Like Raft. Crab Like Raft. Es ist closed. Ich kanns. Ich kannsdrehen. Ich kannsdrehen. Ich kannsdrehen. Ich kannsdrehen. Es ist ein wunderschön. Doch jedes Mal rätseln, welcher von den drei es ist. Okay, jetzt sind wir einmal rundum. Lukas, du fragst, ob ich zu der Zeit mehr am PC oder an der Konsole gezogen habe. Ich glaube, mehr an der Konsole. Meine Mutter hatte damals nicht so einen guten PC. Da lief nicht so viel drauf. Aber mein Kumpel, der Nachbar war, der hatte als erster von unserem Freundeskreis einen sehr guten PC. Da haben wir die ganze Zeit abgehangen. Aber dann haben wir uns da alle den PC mehr oder weniger geteilt. Aber das war genau die Zeit, Anfang der 90er, wo wir sehr viele LucasArts Adventures gespielt haben. Da saßen wir meistens zu viert oder fünf vorm PC und haben die Sachen gezockt. Okay, chain, loop, sentry stat. Statue, sentry, arm. I can't lift the whole thing at once. Use. I don't think that'll work. I don't think that'll work. I don't think that'll work. Okay. It's an arm of the statue. It's a loop of bronze where the arm used to connect. So. Und jetzt. I can't move it. I can't move it. I can't move it. Ja, Sakrament nochmal. Why? I don't think that'll work. I don't think that'll work. Hmm. 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 I don't think that'll work. Jesus. Use. Ja, was benutzen wir denn? Man kann die ganzen... I don't think that'll work. Teile hier kann man gar nicht... It doesn't seem to open. It doesn't seem to open. Oh, chestplate. I can't see anything from down here. I can't reach it. Jesus. Use. Ladder. With. Chestplate. It's closed. Open. Chestplate. Uh-ha. Oh, jetzt muss ich das hier zusammen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. The bead won't fit there. Eh. That won't work. Okay. The bead won't fit there. It just spat the bead back out. Ich raff gar nix. Oh mein Gott. Ich guck mal auf das Foto, was ich gemacht hab. Vielleicht gibt mir das ein Hinweis. Muss man das irgendwie so bauen? Das sieht ja schon so ein bisschen so aus. Also ich... Auf. It just spat the bead back out. It just spat the bead back out. The bead won't fit there. The bead won't fit there. Kann das sein, dass mir denn noch Sachen fehlen? Oder hab ich schon alles? I can't pick that up now. I can't pick that up now. Nothing happened. Kann natürlich sein, dass irgendein Maschinenteil noch fehlt. Aber welche? It's a loop of bronze with the arm used to connect. Scheiße Leute ey. I don't think that'll work I don't think that'll work hmmm We can't see any of these Maybe they're animal bones I don't need any old bones No thanks, I've had enough swimming for one day That's what the raft is for No animal I know about has bones like these I don't need any old bones These bones are weirdly twisted I don't need any old bones I can't reach it I don't need any old bones It's a strange carving I don't need any old bones 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 Oh, I don't need any old bones I can't get any old bones Doch, das ist stark genug, Lava auszuhalten. Das ist auch stark genug, das Gate oben zu halten. I don't think that'll help me. I don't think that'll help me. Girl, you're starting to piss me off. That's not big or sturdy enough to help me. I don't think that'll help me. I don't think that'll help me. The door would just crush it. I don't think that'll help me. I don't think that'll help me. Okay, wir haben einfach nichts, was ihr hilft. I don't think that'll help me. 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 Mmm, tschau. Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. There's too much junk to carry. Come back here, Jones. Hmm. Warte mal, sentry room vielleicht? It's all that's left of the eel statue. Äh, ich drehe durch. Jesus. Ich weiß halt nicht, ob ich alle Teile schon hab für die Maschine. Weil soll man das auch wissen? Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab für die Maschine. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Ich weiß nicht, ob die Knochen irgendwas sind. Jetzt muss man das natürlich testen. Wo war denn noch was? Vielleicht von der Maschine nochmal wieder was zurücknehmen? Das wär aber echt schon krass. Aber bei der Leiter war es auch so. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Ich weiß nicht, ob ich alle Teile schon hab. Aber man wird dir viel Spaß lernen. Und das war's nicht. Ja Fick Dich doch! Musik Ich bin Speedrunner in Adventures übrigens. Niemand spielt schneller durch als ich. It's just my kind of thing. I don't need any old bones. I don't need any old bones. Ne, 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 ne. Hmm. Ich drehe langsam durch. Alter, donnert's gerade draußen? Ich glaube, gerade draußen geht die Welt unter. Oh, der ist die Welt. I will bemerke. Das ist die Welt. Oder der ist die Welt. Der ist die Welt. You'd think the Atlanteans wouldn't be such slobs. Hold! We don't like people who get in our way, especially not the likes of you, Headjohns. Don't be too sure. Let's see how big a goon you really are. Enough talk! So, auf die zwölf. Auf die Banatzel. So, ich hab noch eine, eine, eine Sache. Was ist? Will ich hier was mitnehmen? Siehste? Siehste? So. Vielleicht ist es das gewesen, was uns noch gefehlt hat. So. 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 Julia, danke für dein Rate. Julia Erdgen. was geht ab? Moin Julian! So, ich bin hier dabei Indiana Jones Fate of Atlantis im First Try Ultra Speedrun zu lösen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Deutschlands intelligentester Adventure Spieler der Welt aus Deutschland. Die Elden Ring Karte macht dich sauer, warum in uns. Ich bin nur am Suchen. Ich wollte heute eigentlich auch noch Elden Ring spielen. Ich weiß nicht, dass es noch... So, Leute. Jetzt wird hier das Rätsel gelöst. Ich hab nämlich jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich mach jetzt hier einfach fertig. Guck! Das war nämlich klug von mir. So. Also. Als erstes das, oder? Nee. Das muss man nur noch hier die Scheiße lösen, ey. Als erstes das. Das. Ich guck nochmal, ob das Foto einen Hinweis gibt, was ich gemacht hab. Ich hab hier das Foto. Vielleicht gibt das einen Hinweis. Das ist ein Hinweis. I can't stack anything else on that peg, I can't stack anything else on that peg. The bead won't fit there. I can't pick that up now. Uh-huh. Well, nothing happened. What? That won't work. Well, nothing happened. The bead won't fit there. Okay, Leute. We just cut the bead back out. Kann ich das Rätsel anhand der Dinge, die ich hier habe, überhaupt lösen, bevor ich jetzt hier eine dreiviertel Stunde rumprobiere und ihr mir dann sagt, da fehlt was. Ja, das Bild hilft mir nicht wirklich weiter, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, das kommt hier oben. Das. Das. Vielleicht so. Wo? Was ist jetzt? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was hab ich getan? Ist es aufgegangen? Hä? Irgendwas ist passiert. Was? Äh. Hä? Ich kann nicht das ganze Mal auf einmal aufheben. Hast du irgendwas gekriegt? Ich habe zwei Beäden. Irgendwas habe ich gemacht, ich weiß nicht was. Halt, Stopp. Sollen wir jetzt alles wieder einsammeln? Oh Mann, dieses Spiel, das ist aber auch echt. Vielleicht wieder alles mitnehmen? Oder warte mal, was ist, wenn wir es hier hin machen? Leute. Die Bede ist nicht da. Was ist denn da? Nichts hat passiert. Und ich bin aus Orichalcum. Nein! Hä? Ich habe doch... Der verschwendet die jedes Mal, wenn er die... Jedes Mal, wenn der die benutzt... Okay, der wirft die da rein. Jetzt raffe ich das. Nichts hat passiert. Und ich bin aus Orichalcum. Ich bin aus Orichalcum. Und ich bin aus Orichalcum. Oh, ich kann es ababrieren. Ich bin aus dem Biodell. Ich kann es ababrieren. Oh, ich bin kriterrier. Ich bin aus dem Biodell. Ich muss neue Beats machen. Oh, ist das nervig. Jetzt brauche ich erst wieder Lava. Kann man hier in den Optionen eigentlich schnelleres Laufen oder sowas anmachen? Nein. Oh, das ist ja. So Leute, was machen wir heute Abend noch? Soll ich noch Elden Ring spielen oder soll ich einen Schreckart fragen, ob er Lust hat, ein bisschen Musik aufzulegen? Und hier ein bisschen Party machen. So, wir müssen erst mal Lava holen. Ah, immer geh ich in diesen Raum rein, warum? Schach gab's heute schon. So, wir müssen hier Indy erst mal weiter. Hä, wieso bin ich jetzt hier oben, Digga? Wir gehen hier lang. Machine Room, dafür brauche ich erst die Lava. Mr. Lava, Lava. Girl. Oh, jetzt ist M. Kann ich nicht einfach umknocken, Digga? Wir können auch hier in den Lava rum. So, Lava, Lava. Use Cup, Pedestal, Use Blub bis Blub. Aha. Aha. Das hätte man, das würde man heute mit Quality of Life wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, oder? Kurze Zwischensequenz und dann hat er die Sachen wieder. Oh, das sieht best Neo holt. Aberne ist ... Untertitelung. BR 2018 Keine Sekunde zu lang, die Animation. So, Pickup. Sagt eigentlich, wie viele man hat. A handful. So. So, jetzt war es Kanal. So, jetzt war es mal Cape Canal. Und dann. Oh, hier lang. Ich glaube, ich weiß nicht, was schneller ist. Welches Adventure spielen wir als nächstes, Leute? Ich hätte ja schon überlegt, vielleicht Simon the Sorcerer 2 oder so. Loom habe ich glaube ich nie wirklich gespielt. Also, ich würde gerne was mit Sprachausgabe am liebsten spielen. The Dick könnte man probieren. Ist aber auch, glaube ich, sackschwer. So, jetzt speichern wir erstmal ab. So, also wir wissen, eins und zwei. Wir können natürlich das Ding hier auch hier unten hin machen. Dann zum Beispiel das hier oben. Und dann. Hmm. Well, nothing happened. Huh. Well, nothing happened. Was soll mir das sagen? Was soll mir das sagen? Ich check hier überhaupt nichts mehr. Okay, jetzt dreht sich hier im Hintergrund nichts. Das ist schon mal falsch. Ja. Das ist schon mal falsch. Ich muss etwas erstes entfernen. Was ist passiert? Hier ist was passiert. Was ist passiert? Es ist ein Arm der Statue. Ja, man kann die Ketten ja nicht benutzen. Ja, man kann die Ketten ja nicht benutzen. Ja, okay. Das. Das. Es kann nicht mehr in das Richtung. Ich kann nicht mehr in das Richtung. Ich drehe durch. Ich kann nicht mehr in das Richtung. Du verfickte Tür, geh doch endlich auf. Ich raff das hier nicht. Linker Arm oben, rechter Arm oben, linker Arm unten, rechter Arm unten. Wenn das oben links ist. Ich erkenne das auch ganz schlecht irgendwie nur mit dem Arm. Warum klappt die Scheiße nicht? Ahhhhhhhhhhhhhh! Finally! Hoffentlich habe ich jetzt noch genug Curriculum. Okay. Und einen Eisenstab? Ich glaube, damit könnten wir sie fast befreien, oder? Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Erstmal speichern. Nächstes Mal dann, was war mein Spiel spannend? Curl, 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 curl. Oder L, 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 L. Monstress. Ich brauche keine Kugeln. Ist das ein Tier oder ein verstandes Menschen Gesicht? Schon wieder Lava. Es ist ein Lava-Pit, mit einem Kalki-Fied-Skeletons. Bones don't grow like this naturally. Where do you suppose they come from? Look at those feet. Or whatever they were. Hell? It's a bronze rod, probably a king's scepter. It's a bronze rod, probably a king's scepter. Das war wahrscheinlich der Grund, warum wir hier im Raum sind. Ey, das fühlt sich auf jeden Fall mehr nach Indiana Jones an, als die letzten zwei Filme. Das Spiel, oder? Welche letzten zwei Filme? Ja, aber einfach so, keine Ahnung, Indiana Jones, der irgendwelchen antiken, mystischen, legendären Ruinen, Rätsel löst und so. Man braucht ja gar nicht so viel. Man will ja eigentlich gar nicht so viel. Die übertreiben es dann immer mit irgendwelchen Schüssel und unnötigen... Ach, egal. Wo ist es hier? Atlantean Graffiti. Atlantean Graffiti. Es ist eine große Version der Mikrotar-Statue. Oh, vierte Film mit Amy Adams, das wäre gut, ja. Looks like another hungry mouth. Looks like an empty slot. Looks like an empty slot. Use scepter with empty slot. Aha. Push. Middle lever. Macht gar nichts. Use hinge pin with left slot. Oh Gott, das wird ja... Ja, der passt auch noch. Push. Okay. Das wird noch ein Spaß hier. Looks like another hungry mouth. Use curriculcum in mouth. Use hinge pin with left slot. Pull hinge pin. Mach nix. Use scepter with right slot. Pull right lever. Push. Left lever. I can't move it. Push. Mein Gott. Was muss ich denn jetzt machen? 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 Habe ich einen Schalter zu wenig? Aber dann wird er ja schwindelig, ey. Läuft? Tod. Nein, das soll so. Okay, ich dachte schon, ich habe es verkackt, aber ich habe es accidentally richtig gemacht. Oh mein Gott. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Scheiße, wir haben Sophia vergessen. Können wir da noch zurück? Oh nein. Wer? Oh mein Gott. Ich kann es nicht erreichen. Das ist doch ein Witz hier. Ich kann es nicht so gut. Hey. Das klingt gut. Moment. Ich kann es nicht zurückfliegen. Ich kann es nicht zurückfliegen. Ich kann es nicht zurückfliegen. Die Passage ist zu tief. Ich kann es nicht zurückfliegen. Ich kann es nicht zurückfliegen. Oh Jesus Christ. Können wir jetzt noch zurück zu Sophia? Nee, ne? Komm hier. Doch. Ne, warte. Ich habe ja gespeichert. Da haben sich einfach die Ereignisse haben sich überschlagen, Leute. Ja. Und jetzt? Wie? Da. Wo es Licht ist, ne? Da. Na hier. Hä? Da. Da. Hä? Hä? Da. 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 Hier war ich ja gar nicht. Moment. Hier what I can do here in. Da bin ich nicht hier rein. Nee. Da. Hä? Hier wird man wahnsinnig bei dem Ende des Spiels. Aber habe ich denn den Gegenstand, mit dem ich Sophia befreien kann, ist die Frage. An die Leiter mit. Ich kann nichts von hier ansehen. Die Musik erinnert mich immer ein bisschen an Guni's. Die nene nene, nene nene. Oh, bitte lass das jetzt nicht alles umsonst sein. Oh, ich drehe durch. Jetzt fack mich nicht ab, Sophia, und komm mit. Ich lass dich hier auf Atlantis wirklich für immer verrotten. Es wird nie zwischen den Baren fit. Was soll ich tun mit dem? Vielleicht können wir etwas denken. Was macht dich denken, dass das jetzt sicher ist? Ich habe ein Plan. Was ist? Ich habe ein Plan mit einer Hinschpin. Du weißt, das könnte einfach funktionieren. Ta-ta-da! Da! Du weißt, ich hätte dich schlafen. Komm schon, Sophia, nicht wunderschön. Wunderschön? Du hast mich in diesem Hörschluss geblieben. Wenn das so fühlt, dann sollte man hier bleiben. Vielleicht werde ich. Ich werde. Great idea. Fine. Fine. Ooooooooh! Knuchibuchi! What was that? I'm not sure. I think Nur Absal made me do it. Is that so? Dangerous fella, that Mr. Sam. Yeah. Well, we better be going. I can't. It's wedged in too tight. Okay, aber jetzt brauchen wir es ja eigentlich auch nicht mehr. Hätte dann die Maschine auch ohne das funktioniert? Oder hätte ich sie nicht befreien können, bevor ich die Maschine gegen die Wand gefahren habe? Irgendwie, ich raff es nicht ganz. Aber ist ja egal. Ja weilszvaner. Nein. Die vampires. Puh, ich verset mich jetzt. Ich verset mich jaun. Und dannosed erzähle mich heute Abend. Und dann habe ich Disneyland das hier. Das habe ich übrigens alles gemacht, während du gefangen bist. Das habe ich hier komplett Atlantis geöffnet und alle Rätsel gelöst, während du in deiner Zelle gechillt hast. Leute, muss ich das mitnehmen? Muss ich die Stange wieder mitnehmen? Bitte, jetzt ehrliche Antwort. Bevor ich jetzt da umsonst wieder hinfahre. Hat ihr einen Zeck erfüllt? Es kostet jetzt alles unnötig Zeit. Guck mal, was ich hier schon alles gemacht habe, Sophia. Komplett ohne deine Hilfe. Irgendwie ist die Synchronisation von Indy sehr unimensional, als ob es eine KI gesprochen hätte oder so, oder? In here, Indy. Follow me. Ah, Dr. Jones. Welcome to my humble abode. Was passiert jetzt? Es wäre alles nicht passiert, wenn ich sie nicht verfreit hätte, Leute. Oder überhaupt erst mitgenommen. Entweder Sieg. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Los geht's. Ich verstehe. Los geht's. Ich stehe hier mit der Spirit, die meine Gedanken guierst. Hallo, Spirit Guide. Mein Name ist Jones. Ja, ich wissen Sie. Sie werden ein fine Schlaas. Oh yeah? Don't count on it. Are you coming with me or not? I'm not going anywhere. Jeez, this place gives me the creeps. I find it exceptionally restful. Yeah, the stone beds sure look comfy. Why are you acting like this? Acting like what? Speak your mind, troll! You sound like you're possessed. Possessed? By what? By the evil spirits of these skeletons. Not a chance. These were the noblest creatures who ever walked the earth. Hmm. Hey. I hear you. What's making you so weird? What do you mean? Troll! You sound like you're possessed. Possessed? By what? By Noor Absal. Well, you're wrong. We're just friends. Hmm. Sofía. Talk! Pull yourself together, will ya? What do you mean? Churl! Let me talk to the mortal woman. Make it quick. The time for human frailty is past. I think your necklace is driving you nuts. That's absurd. For the first time in my life, my mind is perfectly clear. Why's up, Sofía? Throw the necklace away. No, no. Norab Sal wouldn't like that. Hmm. Sofía. Sofía. Speak mortal. Pull yourself together, will ya? What do you mean? Churl! What's that? Let me talk to the mortal woman. Make it quick. The time for human frailty is past. How can I help you? I can't help myself, that's for sure. My willpower is gone, replaced by the thing I found and thought I owned. It's all up to you, Indy. What can I do? The one who feeds on fire is always hungry. Desperate moments require desperate measures. Hmm. Muss ich das jetzt hier über den Dialog? Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich sie reinschubsen muss. Oh, das geht doch gar nicht. Kann sie gar nicht schubsen. Ich weiß nicht. I don't think that'll work. Sophia. I hear you. Pull yourself together, will ya? What do you mean? Churl! You sound like you're possessed. By what? By that stupid necklace of yours. It's not my necklace, it's what lives inside! Come on, Sophia, hand over the necklace! I can't! In ten years, I've never let it out of my grasp. Now, I can't even force myself to take it off. Oh, Indy, I'm doomed! Hmm. Mind if I look at your necklace? Oh-ha! Oh! 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 That medallion is hot! Drop it, why don't you? Nur Absal won't let me! That doesn't seem to work. Ouch! It's too hot! Hmm. I might need it later to make more aurichalcum. Now it's cooled off. The fuck? Mind if I look at your necklace? Why is it flashing like that? Ow! That medallion is hot! That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Nooo! Sorry, Sophia. So long, Nur Absal. Thanks, Indy. If you hadn't done that, I'd be as dead as that monster. Excuse me. Yes? Come on, Sophia. Let's get out of here. Lead the way, Indy. I'm with you. Okay! Was auch immer das jetzt gebracht hat, aber... Ich hab sie befreit! Mal abspeichern. Tschüss! A look! Kölk, kölle, kölk! So. So, wie kommen wir denn jetzt nochmal da rein? Nee, doch. Nein. Nee. Ich krieg, ich krieg erlaubt, oh, das ist doch nicht zu fassen. Wie kommen wir jetzt da? Leute, wie komm ich denn jetzt wieder da in die Mitte rein? Wie war das? Hier. Oder? Hä? Wie komm ich jetzt da wieder in die Mitte? Komm? Ich gehe nicht zurück in die Mitte. Wie war das denn jetzt nochmal? Wir waren doch schon da. Hey Leute, ich dreh durch. Ich komm da nicht mehr hin. Was ist denn das jetzt hier? Ich drehe durch. Das Loch? Welches Loch? Wo seht ihr denn ein Loch? Oh. Okay. Ihr kleines Schweinchen. Sagt doch gleich das Loch, Chad. Kein Mensch, was ihr meint. So, jetzt sind wir hier. Richtig. Wir gehen hier rein. Kommen hier raus. Gehen hier rein. Kommt da raus. Gehen hier rein. Warum kommt sie nicht? Wow. Wir kommen da raus. Gehen hier rein. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. Gehen hier rein. Komm da raus. Wo wir angefangen haben. Gehen hier rein. Oh, leck mich doch. Gehen hier rein. gehen da rein gehen hier rein ist doch ganz einfach danach gehen wir hier rein gehen wir wieder hier jetzt gehen wir hier rein hey komm da raus hä wie kann das denn sein oh leckst mir doch im Arsch ok wir gehen hier rein I can't reach it I can't reach it woops aha und jetzt gehen wir hier hoch siehste aha das ist der Trick jetzt gehen wir hier lang hä jetzt I can't reach it I can't reach it I can't reach it toll ist ja gar nichts gebracht Tor A oder Tor B aha 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 nee warte wir können auch hier Lack gehen. Wir können hier hoch. Oha, jetzt können wir hier hoch. Jetzt haben wir die Wahl links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Jetzt sind wir hier unten und was machen wir jetzt? Das bringt uns nichts, ne? Gehen wir hier wieder rein. Gehen wir hier rein. Aha! Leute! Ja. Are you coming? Hold your horses! Stark. Stark von Sophia. Nice moves. Thanks. Ganz stark. Here's your shining city. Not what I expected, that's for sure. And the place is still humming, maintaining the air pressure for untold centuries. It's a receptacle for the stone-desks. Den Raum kennen wir doch, oder? Zumindest so einen ähnlichen. Looks like it's hungry for our calcum. That didn't do anything. Wait here, I'll be back. Oh, lauft doch ein bisschen schneller in die. Kann man hier eigentlich noch rechts gehen? Tatsächlich. Ja, das seh ich jetzt gar nicht mehr, das Ding, oder? Tja, das können wir jetzt nicht mehr sehen. Das ist schlecht. Freunde, was machen wir jetzt? Ich geh auf keinen Fall nochmal zurück. Ich hab natürlich auch keinen guten Speicherstand dafür. Scheiße. Es könnte natürlich jemand aus dem Chat jetzt auch sagen, einfach. Ich hab natürlich auch nicht mehr auf den Chat-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Das ist nicht in Ordnung, Leute. Ich weiß nicht mal mehr, wie man da hinkommt. Wenn der wenigstens ein bisschen schneller laufen würde. Da ist es doch. Meint ihr das hier? So, Chat, ich brauch euch nicht. Ich hab das alles hier drauf. Findet ihr irgendwas? Ich bin nicht sicher. Das scheint mir doch die Sonne hier zu sein. Es ist immer noch nicht eindeutig, meiner Meinung nach. City? Nee. Nudes? Nudeln? Wer da? Still nothing. Nudeln? 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 Aber was ist mit der Froschstatue? Ihr habt gerade die 3rd Reich's ultimate victory! Es dauert mehr als ein paar Aura-Kalcom-bombs für die Welt. Bombs? Die Gottes brauchen Bombs! Schauen Sie mal! Was denken Sie, was diese unglaubliche Maschinerie benutzt? Holiday Barbecues? Wrong! As Plato himself well knew, this was a factory for manufacturing higher beings! While you've been wandering around, we've been stockpiling for a chalcom. And now we have all we need! Are you ready for the greatest moment in history, Doctor? Did you notice all those hideously deformed bones? Didn't you notice all those hideously deformed bones? Experiments gone awry! Unworthy slaves sacrificed in the name of knowledge! Progress has its price, you know! Maybe they weren't quite human to begin with. Inhuman or subhuman, they were destroyed by their physical imperfections and they based on the awesome power of this device! Fortunately, we suffer from no such imperfections. You're talking suicide, gentlemen. Scientific discoveries belong to the ball, Jones! That's something you, of all people, should understand! Do you really believe this machine still works? Why not? Everything else we found here certainly does! Think of it! As a gob, I shall know everything! Be everywhere! RULE EVERYONE! We both shall rule here, Doctor! Eh? Don't be silly, Colonel! You're not prepared for this! What? We shall see! We shall see! Godhood sounds good! I like a crack at that! I like a man with courage! No! What? If anyone's going to become a god, it must be me! You? Don't make me laugh! I am in charge of this operation, you spineless sausage! Activate the machine! Activate the machine! A test is a test! Proto suggests it can be! Let's try that! Wait! What now, Jones? What about Plato's tenfold error? What about it? Most of Plato's numbers were way off target. Hmm... Just a thought. You may be right. They should divide by ten! Try one bead! One bead it is! Himmel! It's working! No! A small bead for a small man, eh, Jones? Now it's your turn! I'd rather watch, but thanks for the offer. Move! Unless you want my men to move you! That's better! What makes you think you can outdo the old kings? Science, my boy! We have it and so didn't! Here goes! Hang on a second! 어� Say back to your viewers. Sil сейчасherね! Sus Investor Hey! Listen, what if Plato's error went the other way? Wie heißt das? Dividieren durch 10 nicht funktioniert, aber multiplieren kann. All right, Chons! Du entscheidest! Wie viele Beets sollte man benutzen? Hmm... 100 Beets, schiebt die Wurz. Wir hoffen, dass ihr die richtige Amount habt! 100 Beets, Leute! 99! 100 Beets! Woher weiß der Frosch, dass keine mehr kommen? Indie, nein! Hahaha! Hahahaha! Nein! Nein! Oh, shit! Listen, what if Plato's error went the other way? How do you mean? I think Plato and Kerner were both wrong. All right, Chons! You decide! How many beads should be used? No beads, you crazy old man! Come now, Doctor! Where's your scientific curiosity? Let's talk this over. There's no time! How many beads should be used? Who cares how many beads? It's all a myth! In that case, let's try Plato's suggestion! Eight... Nine... Ten beads! ... 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 Okay, okay, okay. Please, Professor, don't make me do this. Look on the right side. You'll be leaving your cares behind. You know, you'd make a much better god than me. That goes without saying, but there's no reason to turn up your nose at the chance to become one of the lesser immortals. Please, Professor, I've got classes to teach. Stop whining, man. Let's not take chances. How does 20 beads sound? No beads, you crazy old man. Come now, Doctor. Where's your scientific curiosity? It's not too late. Let's call the whole thing off. Show some spine, man. How many beads should be used? Komm ich da doch raus? No beads. Forget your stupid obsession. Really, Dr. Jones. Get a grip on yourself. We've still got a chance if we leave now. Glory belongs to the fearless, Jones. Wait a minute. Let's go home. Stop whining, man. How many beads should be used? No beads. Let's get out of here. Not yet. Listen, what if Plato's error went the other way? How do you mean? You can't buy Godin' for a couple of beads. All right, Jones. You decide. How many beads should be used? Forget the beads. Really, Doctor. You must cooperate. For your sake, I hope this doesn't work. Why not? Once I'm a god, I'm sending you straight to hell. I'm offering you immortality. Is that the thanks I get? Ah, that's was schlecht. How many beads should I use? No beads. Really, Doctor? You must cooperate. I have it, I have it, I have it. If I reach Godhood, better say your prayers. What's great? Oh, nothing. Let's get on with it. The sooner, the better. How many beads should be used? One? Will you stop with the bead talk? Really, Doctor? You must cooperate. Let's go. I'm looking forward to Godhood. Why so enthusiastic all of a sudden? Once I'm a god, I'm sending you straight to hell. What kind of gratitude is that? It's more than you deserve. Start the machine. As you wish. Why do you have any fear? Er soll auch Angst haben vor meiner Gottheid. Und er hat einfach keine Angst. Erst hat er Angst, und wenn ich sage, okay, vergiss es, mach mich zum Gottheid, und dann sagt er, okay, macht keinen Sinn. Let's go. I'm looking forward to Godhood. Why so enthusiastic all of a sudden? Once I'm a god, I'm sending you straight to hell. What kind of gratitude is that? Have you ever heard the term angry God? Why do you see me? Hang on. Perhaps I haven't thought this through. You want to go fast. You're scheming against me in spite of my generosity. Well, you won't get the upper hand that way. Stand aside, Jones. Ja, also. 98, 99, 100 Beats. Prepare to feel my wrath. Warum? Naam. NATO Ha 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 ha. estrut. Wink. PCBs. Wink. 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 All der Weg nur um alles kaputt zu machen, das ist typisch Indiana Jones. Oh, die Special Effects hier. Checkt das ab, Leute. Das ist doch geil, dass das jetzt so zick 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 fahren muss. Also da brauchen wir schon 4,680er DX-240, würde ich sagen, um das gescheit spielen zu können. Schaut euch die Wassereffekte an. Du weißt, viele von meinen Erkrankungen sind sogar sogar hohe Geschichten für mich. Zumindest gibt es diese Zeit ein paar Beispiele. Dann wieder? Vielleicht nicht. Was war das für? Um die Schmerzen zu erinnern. 595 Leute! Wir haben ein Spiel durchgespielt! Danke, Chat! Weiß man nicht wofür, ihr wart nicht gerade hilfreich. Nicht den Übertaktungsknopf vergessen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war Corporate, also ja, Team. Keine Ahnung. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass das unterschiedliche Spielweisen gibt. Jetzt alle Korindia-Legend-Teile. Korindia-Legend habe ich ja sogar schon mal im Stream hier gezockt. Liebe ich auch sehr. The Legend of Sky sagt mir gar nichts. Was ist das? Ist das neu? Okay. Aber irgendwie Special thanks To George Lucas Und Steven Spielberg Look for Indies Return in an All-New Adventure Perhaps as a Much younger man Kam nie raus, oder? Oder was meinen die? Aber irgendwie Hätte man sich so Als Abspann schon Mal eine geile Grafik Oder sowas gewünscht Irgendwie Tja Das war das Letzte Indie Adventure Game Es gab eine TV Serie Young Indie Aber es hat ja nichts Mit dem Spiel zu tun Okay Das war's mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis Durchgezockt Ka-ching Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht Und Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben Was ich als nächstes spielen will Was ich als nächstes spielen will Ich hab auf jeden Fall Lust Regelmäßig mal so ein Adventure Nebenbei zu zocken Ist immer ganz entspannt Ist mal was anderes Und Vorschläge könnt ihr gerne In die Comments schreiben Ich hab so ein paar Ideen Hab ich schon Aber ich lass mich auch gerne noch Überzeugen Von einem Von einem anderen Spiel Also Das war's mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis Ciao